Wie baut man eine Pen & Paper Welt? Hallo liebe Game Master, ich bin Timo und ich fühle mich besonders qualifiziert über dieses Thema zu sprechen, weil ich drei Fantasy-Romane geschrieben habe, wisst ihr, und weil ich deswegen aus erster Hand weiß, dass das Worldbuilding von Romanen relativ wenig mit dem aus einem Pen & Paper Universum zu tun hat. Wir können nichts so tun, als wären wir Autoren und irgendwie Welten bauen und so weiter und das dann ins Pen & Paper transferieren. Das einzige, was da dabei rauskommt, ist hoher Blutdruck für uns. Und weil aber so viele Informationen online nicht sagen, ob sie jetzt fürs Pen & Paper geeignet sind oder vielleicht die neuen Game Master wirklich denken, ja, ich kann das einfach benutzen, will ich hier ein anderes Video machen. Ich will euch jetzt hier die meiner Meinung nach fünf Grundprinzipien vom Pen & Paper Worldbuilding mitgeben. Das sind Regeln, die gelten für alle Formen von Pen & Paper Spielen, für One-Shots, für Kampagnen, für Fantasy, für Horror, für Science-Fiction. Es ist gerade egal, was es ist. Wenn ihr die hier berücksichtigt, dann verspreche ich euch, dass ihr leichter, entspannter und spaßiger Worldbuilding machen könnt und auch spielen könnt. Und dieses Video hier ist quasi Teil 1. Das sind die fünf Grundprinzipien fürs Worldbuilding. Und das nächste Game Master Video ist dann fünf Prinzipien für die Improvisation. Weil wir müssen auch loskommen von der Idee, dass wir nur genug World bilden müssen, damit wir dann nicht mehr improvisieren müssen. Das ist ein ganz, ganz gefährlicher und auch schmerzhafter Ansatz, wenn ihr das verfolgt, so von wegen, ah, ich baue die Welt einfach komplett, dann muss ich nichts improvisieren. Ja, nee, das wird nichts. Das führt zu schlimmen Dingen, da wollen wir nicht hin. Und deswegen ist direkt unser allererstes Prinzip, das wir uns heute angucken, das Prinzip, die Welt wird erst am Tisch real. Oder eben im Umkehrschluss, die Welt, wenn wir nicht am Tisch sind, wird dadurch noch nicht real, was wir uns da ausdenken. Also wir wechseln in unserer Grundannahme als Game Master weg von Realist, was ich vorab entwerfe. Und wir gehen hin zu Realist, was die Spieler und ich am Tisch gemeinsam erleben. Nur das, was am Tisch gesagt wird und von anderen gehört wird, in dem Moment, wo es alle Gemeinschaft wahrnehmen, dann wird es real. Und ich zeige euch das jetzt hier, was ich typischerweise in einem Spiel und außerhalb vom Spiel mich mit der Welt beschäftige. Und ich habe das extra jetzt so aufgegliedert, dass wir oben im Spiel haben, also Dinge, die im Spiel passieren, die die Welt real machen. Und unten außerhalb des Spiels, also die noch nicht die Welt real machen, dass wir das so aufgeteilt haben. Wir haben aus dem Links Sachen, die in unserer Kontrolle als Game Master sind und rechts außerhalb unserer Kontrolle. Und das wirkt jetzt erst mal verwirrend vielleicht, aber lasst mich euch einfach erklären, was ich damit machen will. Typischerweise ist so was wie Worldbuilding, wie Prep, was man halt machen kann als Game Master, sodass man irgendwie Handouts schafft, so von wegen, ja okay, hier ist jetzt die Waffe, die der Charakter wahrscheinlich in der nächsten Session finden wird. Die wird hier aufgelistet mit den Statuswerten und so weiter, was die kann. Oder man baut sich eine komplette, einen Monolog, den der Bösewicht vorlesen wird oder halt sprechen wird, den wir als Game Master vorlesen. Das sind so Sachen, die man wirklich fix erstellt und wo man meinen könnte, damit entsteht die Welt. Nein, das hier ist so lange nicht real, bis ich es wirklich an den Tisch bringe. Nichts von dem hier gerade eben ist noch echt. Wenn ich entscheide, oh nee, ich gebe die Waffe doch nicht aus, weil das ist eine dumme Idee, oder der Bösewicht sagt das jetzt doch nicht, weil der geht auf was anderes ein, dann ist dem so. Das hier unten ist nicht real. Und das nimmt uns als Game Master den Druck raus. Und wir bleiben flexibel. Wir müssen die Spieler dann auch nicht in diese Richtung drücken, damit sie die Waffe doch noch finden, weil die ist noch nicht real. Genauso die Improvisationsmaterialien, sowas wie eine Namensliste oder eine Encounterliste für Random Encounters. Ja, wenn ich dann noch nicht drauf würfel oder den Namen noch nicht abstreiche, dann ist nichts davon real. Es ist einfach nur Material. Es ist ein Vielleicht, ein Wahrscheinlich, könnte es auch sein, aber es ist noch nicht da. Ganz oft als Game Master überlege ich mir zwischen den Sitzungen, hey, ich habe hier dieses Lose Ende und dieses Lose Ende, kann ich die irgendwie zusammenbringen? Oder da habe ich dieses isolierte Detail, wo ich in der Panik irgendwas Komisches gesagt habe, wie füge ich das jetzt natürlich ein, dass daraus Spaß entstehen kann? Das mache ich extrem viel und das mache ich auch oft in Verbindung mit so Tagträumen über Setting allgemein, wo ich dann jetzt nicht lose Enden einwebe, sondern halt einfach nachdenke, was könnte sein. Aber das Kernelement davon ist, was könnte sein? Nichts davon, was ich hier gerade eben finde, egal wie schlüssig es für mich gerade eben klingt, ist 100% wahr. Es ist vielleicht meistens so 60, 70% wahr, manchmal gehe ich hoch auf 80, 90% gefühlt, aber ich zwinge mich dazu, immer sowas zu sagen wie, ah, vielleicht ist der hier der heimliche Spion, vielleicht finden sie da das und das oder wahrscheinlich ist das und das der Fall. Dadurch halte ich mir das offen, am Tisch, wenn die Situation eine andere wird, als ich gedacht habe, anders zu reagieren. Und das ist irre wichtig. Wenn ich mich hier festlegen würde und sagen würde, ja, okay, die Patronenkugeln können nur in der zweiten Schublade in diesem Schreibtisch gefunden werden. Jetzt gucken die da nicht, aber die haben nachher einen Fight, wo sie garantiert die Patronenkugeln brauchen. Was gewinne ich jetzt gerade eben, wenn ich das außerhalb des Spiels festlege und nicht weiter oben schon dann im Spiel erst festlege? Ich gewinne nichts. Ich lege nur was fest und ich tue so, als wäre ich irgendwie eine Autorität dadurch gegenüber mir selber. Ich weiß gar nicht, es bringt einfach nichts. Überlegen wir uns mal ganz kurz, wer hier gerade eben die Welt dann erschaffen würde, wenn das unten real wäre. Wer ist diese magische Autorität, die da festlegt, dass die Patronenkugeln in der zweiten Schublade sind? Ja, das sind doch auch wieder nur wir, die wir in unserer Jogginghose irgendwie auf der Couch rumlümmeln und überlegen so, ja, okay, Patronenkugeln können da und da sein. Was ist das für eine autoritäre Instanz, der man jetzt da glauben muss? Das ist nichts. Und deswegen legt man sowas nicht fest. Wir denken uns ja, okay, wahrscheinlich sind sie im Schreibtisch, wenn die Spieler aber auch völlig anders gucken und es Sinn gibt, dann sind sie halt woanders. Fertig. Ganz viel, was man außerhalb des Spiels auch macht, ist, sich mit Spielern auszutauschen. Entweder geht man selber auf den Spieler zu und sagt, hey, ich würde da gerne über deinen Charakter reden. Ich habe da so ein, zwei Ansätze, aber ich weiß nicht, ob das für dich passt. Können wir da mal quatschen? Oder andersrum, dass der Spieler herkommt und sagt so, hey, ich habe da so ein paar Ideen, wo mein Charakter sich hin entwickeln könnte und das möchte ich mir dir gerne ansprechen, lieber Game Master. All das kann man machen, aber es wird so lange nicht real, wie es nicht am Tisch tatsächlich Realität wird. So. Was ist dann wirklich im Spiel? Welchen Teil haben wir da unter Kontrolle? Na, gar nicht so arg viel. Ihr seht, dass hier diese Batzen so ein gutes Stück weit bei dem Bereich links in unserer Kontrolle ist, aber er ist auch nicht ganz in unserer Kontrolle. Und ich habe ihn genannt, hm, das fühlt sich spontan gut an. Und damit meine ich, all die Dinge, die wir unten vorbereitet haben, wo wir gesagt haben, ja, vielleicht ist das so oder wahrscheinlich ist das so und es gibt Sinn, dass das so und so sein könnte. Das haben wir so als Futter, als, als, als Grundmasse. Und jetzt im Spiel gucken wir, was tatsächlich Phase ist und dann sagen wir entsprechend, okay, ja, es ist wirklich so. Das, was ich mir ausgedacht habe, jetzt trifft es ein, jetzt gebe ich das Handout aus. Jetzt bringe ich dieses Einweben von diesem losen Faden ein, weil es passt tatsächlich. Oder eben nicht. Ich mache es nicht oder ich mache was völlig anderes, weil es sich spontan besser anfühlt. Das ist die Realität. Und erst diese Entscheidung hier oben, dadurch machen wir die Welt real. Viel öfter, als, ähm, irgendwas anderes dann noch, wird es so sein, dass die Spieler durch ihr Interesse oder ihr Desinteresse die Welt formen. Die werden desinteressiert sein an wichtigen, Nicht-Spieler-Charakteren, an NPCs, wo wir dachten, die wären interessant. Sind sie da nicht? Okay, die fallen mittelfristig raus. Also, es ist nicht jeder so, dass der dann direkt wegfliegt, nur weil die den nicht interessant finden. Aber grundsätzlich, da wo sich das Spielerinteresse hinbewegt, die Sachen sollten tendenziell interessant werden, weil die eben, dann haben wir sie schon am Haken. Warum sollten wir jetzt nicht die Teile, die sie interessant finden, dann auch tatsächlich benutzen? Deswegen, das hier ist ein wesentlicher Punkt. Genauso wie ein plötzlicher Crit, der kommt oft auch in Verbindung mit dem Spielerinteresse. Die beißen sich an irgendeinem Charakter fest und wir wollen es eigentlich gar nicht unbedingt und dann wirfen sie noch und haben sie einen Crit. Und auf einmal müssen wir irgendwas zu uns aus dem Hut ziehen. Wahrscheinlich nicht aus dem Hut, sondern aus dem Hintern. Und müssen den Charakter jetzt viel mehr ausgestalten, als wir eigentlich dachten und auf einmal wird er wichtiger. Ja, oder sie retten irgendjemanden, von dem wir eigentlich nur wollten, dass der Crit auftaucht und sich heroisch opfert, um den bösen Gott in seiner Barriere zu halten. Aber nein, sie würfeln drei Crit hintereinander und ziehen die Schildmaid hier doch noch raus und retten die und können den bösen Gott trotzdem bewahren. Okay, auf einmal braucht die eine Backstory, auf einmal braucht die eine Motivation, die muss erklären können, wo sie herkommt, was sie alles gelernt hat und so weiter und so fort. Und nichts davon war klar und es war einfach nur ein Crit. So. Und das einzige Mal, wo dann noch wir als Game Master hier wirklich was beitragen, ist dann auch relativ nicht in unserer Kontrolle, meiner Meinung nach. Das ist, wenn wir noch einen Hirnfurz haben. Das passiert mir auch ständig, dass ich einfach dran sitze und dann so, äh, und ich hab eine dumme Idee, die ich raushau oder ich verspreche mich oder ich hab was vergessen und sag's falsch rum und auf einmal ist das Realität. Ich mein, klar, da kann man zurückrudern, wenn's jetzt so gar nicht passt, aber oft ist das interessant und richtig schöne Situationen sind entstanden, wo dann die Spieler gesagt haben, echt, das hatte ich jetzt nie gedacht und ich denk mir so, ja, und schreib's mir halt auf. Wichtiger Punkt zu sagen, dann aufschreiben und das ist dann die Welt. Das einzige Mal, wo wir wirklich, wirklich noch was in Kontrolle haben, bei so Sachen, ist, wenn wir in die Pause leiten, so, ah ja, ihr habt ein Crit und wahrscheinlich könnt ihr sie jetzt retten. Wir sehen nach der Pause, was passiert und da gehen alle raus und ihr überlegt, okay, okay, wer ist sie, was ist ihr Name, was ist ihre Motivation und dann erschafft ihr noch kurz was in eurer Kontrolle außerhalb des Spiels, was ihr dann direkt benutzen könnt. So, und eben abschließend nochmal, nur das hier oben ist real. Das hier ist, wo die Welt entsteht. Das hier ist, wo die Welt real wird und alles da unten ist nur die flüchtige und flexible Matschepampe, aus der wir zehren können. Es lohnt sich, diese Tagträume-Gedanke zu machen, damit man Futter hat. Aber nichts da unten ist fest und deswegen müssen wir uns auch keinen Stress machen, dass das hier unten schon irgendwie stimmen muss. Wir sagen einfach, ah, wahrscheinlich reicht das. Also, nicht sagen, der Dungeon hat fünf Räume, exakt fünf, und der vorletzte, der wird der richtig gefährliche und die Spieler haben exakt zweieinhalb Echtzeitstunden, hab hier einen Timer, und um das Ende zu erreichen, bevor dieser böse Gott wieder erweckt wird. Und wenn sie dann nach zweieinhalb Stunden und einer halben Minute drin sind, dann ist alles zu spät. Das ist Schwachsinn. Man guckt sich stattdessen an, okay, der Dungeon hat wahrscheinlich fünf Räume, bin mir aber nicht sicher, wenn sie hart verkacken, dann kann es sein, dass sie schon voll unten von den HP her sind und deswegen mache ich es dann vielleicht kürzer oder vielleicht beißen länger oder wie auch immer. Einer davon wird wahrscheinlich richtig gefährlich. Das halte ich mir auch offen, weil wenn sie vielleicht bei dem Puzzle davor sich in Lebensgefahr begeben und runterfallen und was weiß ich nicht alles, dann brauchen wir nicht nochmal extra einen dicken Fight und sie kommen wahrscheinlich gerade noch rechtzeitig, um das Wiederwecken des bösen Gottes zu verhindern, mal sehen, wie es in echt läuft. Dieses, sie kommen wahrscheinlich rechtzeitig, ist so, was wir als die Default, als die Standardlösung betrachten würden und wir machen das dann von unserem Gefühl abhängig, wenn wir dann sehen, hey, die beeilen sich echt. Ich meine, das Spiel dauert lang, aber die Charaktere ingame, die beeilen sich oder andersherum, die trödeln aber echt rum. Jetzt rasten die nochmal. Dann ändert sich unser Grundgefühl von dem, wie es spontan ausgehen sollte. Und das ist Worldbuilding. Prinzip Nummer zwei ist, wir Game Master sind nicht der größte Faktor und schon gar nicht der einzige Faktor beim Worldbuilding. Und das greift relativ rein in das, was wir gerade eben gesagt haben. Wir haben schon gesehen, dass die Spiele relativ viel zu tun haben. Ich blende es jetzt hier nochmal auf. Das Zeug hier oben, das war ja hauptsächlich außerhalb unserer Kontrolle. Also es war eher rechts. Oben rechts ist relativ viel. Oben links ist jetzt gar nicht mal so viel. Also wir haben während dem Spiel nicht alles unter Kontrolle. Und ich habe ja schon und unten links, klar, da ist viel in unserer Kontrolle, aber das ist ja nicht real, nach dem, was ich hier gerade behaupte. Das ist nur alles vielleicht und wahrscheinlich und könnte sein und Matschepampe, Futter fürs eigentliche Spiel. Deswegen, wir müssen da auch wieder umdenken. Wir müssen, wenn jetzt jemand sagt, hey, machst du ein Game Master? Wir hätten richtig Bock auf eine Steampunk-Welt. Ja, mit Vampiren. Wenn jemand zu uns so was sagt, hey Game Master, Steampunk-Welt, Vampire, dann sollten wir nicht mehr sagen, ja, ich baue euch eine komplette Welt und ich gebe Bescheid, sobald ich fertig bin. Das ist oft so dieser Dienstleistungsansatz, den man da haben könnte. Man denkt sich, okay, jetzt muss ich erstmal vorbereiten, dann haben wir einen Haufen Zeug und dann können wir irgendwann die erste Session machen. Das ist ein Haufen, Haufen Druck, den man sich da machen kann. Aber wir sind eben nicht der einzige Teil, der die Welt erschafft und nicht mal der wichtigste. Stattdessen sollten wir sagen, ja, klingt gut, am besten treffen wir uns mal zum Quatschen, was genau euch in so einer Welt eben Spaß machen würde und was für eine Art von Charaktere spielen wollt. Das ist viel besser. Dann können die Spieler sagen, ja, ich habe Bock auf Luftschiffe, ich habe Bock, was weiß ich, einen Vampir zu spielen, selber. Wenn so eine Aussage am Anfang kommt, könnt ihr das gleich einbauen, statt dass ihr eure Welt baut und ihr habt dann Vorstellungen, wie diese Steampunk-Leute da Vampire abwehren und was weiß ich nicht alles und es gibt UV-Laser-Waffen und Knoblauch-Schrotflinten, was weiß ich. Und dann auf einmal kommt ein Spieler her und sagt, er will einen Vampir spielen und ihr denkt dann so, ich habe drei Viertel von der Welt im Tageslicht angesetzt und die ganzen Städte sind ausgeleuchtet, damit die Vampire, ach, der will selber einspielen. Das wollen wir nicht. Wir wollen die Spiele früh einfangen, wir wollen ihnen schon ein bisschen was geben, wir wollen sagen, was uns an der Welt Spaß machen würde und all das werfen wir zusammen und erschaffen gemeinsam eine Welt, in der es dann schlüssig und spaßig ist. Mehr ist unser Job hier eigentlich gar nicht. Anders ausgedrückt eben jetzt hier, es ist eben nicht so, dass man sagt, ich bin verantwortlich für die gesamte Kampagnenwelt als Game Master, wenn sie nachher keinen Spaß macht, dann nur meinetwegen, sondern ich bin verantwortlich dafür, die unterschiedlichen Ideen und Wünsche zusammenzuführen und Bescheid zu geben, falls eine Sache so gar nicht reinpasst. Also eher so eine Moderatorenrolle, so ein Workshop-Leithinder, der da eben sagt, okay, wir haben hier die Idee, wir haben die Idee, wir haben die Idee, das passt alles wunderbar zusammen, hier auch noch ein paar Ideen von mir, ich darf auch was äußern, was mir Spaß machen würde in der Welt und jetzt, also die eine Sache, was halt nicht gut wäre, wäre, wenn wirklich hier jetzt ein Spieler und ein Vampir spielen würde, weil dann können wir immer nur nachts spielen, dann verlieren wir drei Viertel vom Spiel. Wäre es okay für dich, wenn wir doch, die Vampire nur als NPCs oder als Bösewichte oder ja auf jeden Fall nicht als Spielerkarktere hätten, okay, alles klar, vielen Dank. So läuft Worldbuilding ab kollaborativ. Wir steuern nur ein Stück des Kuchens bei. Prinzip 3 von Worldbuilding ist dann, je weiter etwas noch vom Tisch entfernt ist, umso schlechter werden die Informationen darüber. Jetzt lasst euch das kurz auf der Zunge zu gehen, weil das hier ist so ein absoluter, entlastender Gedanke für jeden Game Master da draußen. Je weiter etwas noch weg ist vom Tisch, umso weniger brauchen wir es haben oder verlässlich zu haben. Das sieht dann zum Beispiel so aus, wenn ihr dann mitten im Spiel seid gerade eben, dann sagt ihr oder ein Charakter sagt dann eben, ach echt, es gibt ein Meer? Was ist denn da auf der anderen Seite? Ich meine, wir kommen da jetzt zwar nicht hin, aber mein Charakter interessiert sich für solche Sachen, was jenseits des Meeres sein könnte, auf dem fernen Kontinent. Losgeben, Master, was gibt es da? Ihr sagt da eben nicht mehr, ja, ihr könnt in der Stadt nächstes Mal eine Karte dann kaufen, ich zeichne euch die bis zum nächsten Mal, dann habe ich die fertig. Das sagt ihr nicht. Warum solltet ihr den Kontinent zeichnen? Das könnte man meinen, dass ihr das jetzt tun müsstet, deswegen habe ich es ja auch hier als häufigen Start genannt, aber was ihr viel eher machen könnt, ist die Informationen von diesem fernen Kontinent, wo diese Gruppe lange, lange nicht hinkommt, absichtlich schlecht zu machen. Das heißt, entweder widersprüchlich oder komplett vage. Ihr könnt, wenn ihr euch wohl fühlt, da spontan widersprüchliche Sachen improvisieren, ihr könnt so sagen, ja, die Stadtbewohner erzählen euch von einer Dschungelwelt, aber die Geschichten, die widersprechen einander. Manche sprechen von einem geheimen, fortschrittlichen Reich voller Gerätschaften aus Gold, aber andere behaupten, dort leben primitive Kannibalen und wieder andere. Und da könnt ihr euch zwei, drei Sachen rausziehen. Der Vorteil davon wäre, dass ihr so merkt, wo die Augen von den Spielern aufleuchten und dass ihr dann sagen könnt, okay, schreibe ich mir kurz nieder. Wenn wir je da mal hinkommen, dann könnten es vielleicht tatsächlich die Kannibalen sein oder die fortschrittlichen Geräte aus Gold. Wenn ihr nicht spontan euch wirklich was aus dem Hut ziehen wollt oder wo auch immer ihr es herziehen wollt, dann könnt ihr auch einfach sagen, ja, also als du in der Stadt herumfragst, als du nur widersprüchliche Gerüchte anscheinend weiß niemand so richtig, was dort wirklich ist. Also ihr müsst euch nicht festlegen, der Vorteil von dem Zweiten hier ist, dass man das immer machen kann, der Nachteil ist, dass man dann auch den Spielern so gar nichts gegeben hat und nicht weiß, was sie interessieren würde, aber das kann man ja auch dann mal anders machen. Also fühlt euch einfach frei zu überlegen, hm, okay, diese Informationen, die die Spieler gerade da haben wollen, wie bald würde die wirklich sich im Spiel auswirken? Ab wann würde es wichtig werden, dass da drüben eine Dschungelwelt zum Beispiel ist mit Kannibalen? Und wenn die Antwort darauf ist, nicht die nächsten zwei, drei, vier, fünf, sechs Sessions, dann brauchen wir jetzt noch keine definitive Antwort dafür. Und dann gilt einfach, okay, die NPCs der Welt wissen nicht alles Mögliche, die Welt ist grundlegend mysteriös, es gibt keine Weltkarten, das ist das Schlimmste für ein Setting sowieso, wenn es dann von allem detaillierte Maps schon gibt und es gibt, man kann alles jederzeit überall wissen. Also, so eine Art Internet wäre das Allerschlimmste, was ihr für eine Kampagne machen wollt, wenn ihr noch nicht extrem gut improvisieren könnt. Besser alles schön im Nebel halten und wenn die Spieler dann hinkommen, haben sie das Gefühl, sie haben was entdeckt, wie eine neue Welt. Das hier ist jetzt eben im Spiel und außerhalb vom Spiel bedeutet dieses Umdenken eben, dass ihr, also dieses Umdenken weg von ah, ich muss alles festlegen, egal wie weit es weg ist, hin zu je weiter es weg ist, desto weniger brauche ich es. Das bedeutet außerhalb vom Spiel, dass ihr weggeht von dem Gedanken hier, die Hauptstadt eines Landes ist sehr wichtig, also entwerfe ich sie besser gleich, hm, was dort wohl für soziale und Finanzgesetze gelten, ich sollte wohl etwas über mittelalterliche Gesetzgebung lesen, ah, das braucht ihr in diesem Moment noch nicht, wenn die weit weg sind von dieser Hauptstadt. Wir können stattdessen sagen, ah, das einzig wichtige Gesetz aus der Hauptstadt ist das Alkoholverbot, das wirkt sich bis jetzt gerade eben hier aus und die Spieler wollen eben eine Taverne aufmachen in dem Land. Alles andere brauche ich jetzt noch nicht zu entwerfen, weil die Charaktere eh noch nicht in die Hauptstadt kommen. So, fertig. Und wenn je irgendeiner von den Spielern was über die Hauptstadt fragt und die Chance ist eh gering, dann könnt ihr spontan wieder sagen, ja, wisst ihr nicht oder ihr könnt widersprüchliche Sachen sagen, der Informationsgehalt der, die, 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 wie arg die Informationsstimmen, die die NPCs sagen, lasst es niemals 100% sein. Lasst die NPCs niemals der, der, der Mund von dem göttlichen Game Master sein, der immer nur die Wahrheit spricht. Die sollten, in drei Viertel der Fällen sollten sie es nicht genau wissen oder sollten lügen oder was weiß ich nicht. Damit die Spiele gar nicht auf die Idee kommen, dass alles, was ihr sagt, richtig ist. Ich habe gerade eben so ein bisschen als lächerliches Beispiel gemacht, dass jemand da mittelalterliche Gesetze sich angucken würde für das Vorbereiten einer Stadt. Das war da falsch, weil die Stadt noch zu weit weg war. Es ist aber nicht grundsätzlich falsch, denn Prinzip 4 ist, je mehr wir unsere reale Welt oder unsere realen Welten begreifen, umso leichter können wir die Kampagnenwelt erschaffen. Ich habe hier reale Welten angeschrieben, weil unsere mittelalterliche Welt ist wie ein anderer Planet im Vergleich zu unserer industriellen Welt und unserer postindustriellen Welt und so weiter. Und da galten schon ein bisschen verschiedene Gesetze und es ist einfach gut zu wissen, wie solche Welten funktionieren, weil man daraus dann ableiten kann, wie die Fantasy-Welt laufen sollte. Also wir sollten auf gar keinen Fall denken, unsere Fantasy-Welt hat ja eh nichts mit der Realität zu tun, das wäre ja langweilig. Das könnte man meinen und das will man ja auch. Man will ein Stück weit entfliehen und man will ein Stück weit was Eigenes, was völlig Neuartiges bauen, das verstehe ich ja auch. Aber so neuartig ist es dann doch nicht. Das hat vielleicht zwei, drei, vier Stellschrauben, die anders sind und selbst wenn es zehn sind, ist es besser zu sagen, ja, unsere Fantasy-Welt ist zwar ein bisschen anders als die echte Welt, aber Personen haben überall dieselben Bedürfnisse, Staaten haben überall dieselben Konflikte untereinander. Im Endeffekt ist alles immer gleich. Die, die Eigenschaften, die aus Grundprinzipien erwachsen, aus Stellschrauben erwachsen, sind immer grob die gleichen. Das kann man so jetzt sich veräußerlichen oder darstellen. Man überlegt sich, okay, wie funktioniert eigentlich unsere Welt? Das ist so ein Teil vom Input, den wir brauchen. Da empfehle ich zum Beispiel so Videos wie hier Rules for Rulers von CGP Grey. Ich verlinke es auch noch mal in der Beschreibung. Da wird einfach beschrieben, okay, wenn jemand ein Herrscher ist, dann gibt es die und die und die schlaue Moves und alles andere ist Quark und dem ist so egal, was das Herrschaftssystem ist, egal, was für eine Welt es ist, ob das Aliens und Menschen oder Elben, es ist völlig egal. Die Rules for Rulers gelten immer. Und sowas ist extrem wichtig zu wissen. Oder warum ist unsere Welt so? Zum Beispiel hier, warum sind Städte da, wo sie sind? Das ist jetzt hier ein Worldbuilding-Video für Romane. Also aufpassen hier gerade eben, dass ihr da nicht zu tief reingeht und zu detailliert alles ausbaut. Das hier ist jetzt von HelloFutureMe. Verlinke ich auch in der Videobeschreibung. Aber grundsätzlich ist es extrem nützlich zu wissen, dass Städte zum Beispiel immer da entstehen, wo zum Beispiel Rohmaterial vorkommen sind und dann noch Wasser. Oder eben auf einer langen Reiseroute entstehen so Zwischenstopp-Städte, wo die Leute dann übernachten können und die Distanz zwischen diesen Städten hängt davon ab, wie weit die Leute normalerweise an einem Tag reisen können. Also wenn es auf einmal Autos werden, dann brauchen wir die ganzen Zwischenstopp-Städte nicht mehr. Diese Sachen gelten überall und wenn wir dann noch mit reinnehmen, was in unserer Kampagnenwelt jetzt explizit anders ist, was weiß ich, es gibt Teleportationsmagie und deswegen gibt es die Zwischenstopp-Städte nicht, weil es gibt keine Zwischenstops. Ich kann auf jeden Fall immer sofort irgendwo hinkommen. Aha, okay, es gibt nur einige wenige große Siedlungen und es ist völlig egal, wie weit abgeschieden die sind oder schlecht erreichbar die sind, weil alles ist per Teleportationsmagie gleich gut erreichbar. Aha, diese Sachen, dieses Grundwissen, wie die Welt funktioniert und was in unserer Welt anders ist, gibt uns gemeinsam so mentale Modelle, wie unsere Welt, unsere Kampagnenwelt tickt. Und auf Basis von diesen mentalen Modellen, auf Basis dessen, wie unsere Kampagnenwelt tickt, können wir im Spiel locker, fröhlich improvisieren, können sagen, ah, okay, klar, ihr wollt da jetzt zu Fuß hinlaufen, ja, dann werdet ihr in der Wüste wahrscheinlich verhungern. Nö, es gibt keinen Zwischenstopp, warum? Alle Welt teleportiert. Und dann werden die Spieler sagen, ja, klar, es stimmt. Und diese mentalen Modelle nimmt man dann halt her, für die Kampagnenwelt, dann habt ihr so eure eigenen Ideen, was so sein könnte, ja, hier eine Stadt, die sich völlig zurückzieht und alles und die Ideen eurer Spieler. In der Zwischenfläche eine Stadt, die unter Wasser liegt und die dann so künstliche Blasen erschaffen hat, aber durch eure mentalen Modelle wisst ihr jetzt schon, ja, okay, Teleportationsmagie funktioniert und eine abgeschiedene Stadt, die jeder rein teleportieren kann, ist ja nicht abgeschieden. Also braucht diese Stadt eine Möglichkeit, wie sie Teleportation verhindern kann, so ein Anti-Apparierungsmechanismus, ja, okay, und darum bauen sie diese ganzen Magieschulen, die das erforschen sollen, wie man möglichst sicher das machen kann und der Ort, wo man sich her teleportiert, das außerhalb der Stadt und da sind ganz starke Sicherheitskräfte und erst wenn man es da durchgeschafft hat durch den quasi Zoll, dann darf man durch. Auf einmal entsteht eine Welt, die in sich schlüssig ist, weil ihr halt begreift, wie normale Städte laufen und wie halt dann eure Kampagnenwelt auf Basis dessen auch funktionieren würde. Es ist immer nicht das Gleiche und egal wie ihr euch gesagt, dass eure Welt anders und speziell ist, glaubt selber nicht so dran, hofft, denkt immer daran, dass die eigentlich doch noch relativ nah an dem ist, was bei uns so passiert. Macht es euch leichter. Und Prinzip Nummer 5 und das ist nochmal eins, das einen absolut entlasten kann als Game Master, ist, es gibt weder unendlich viele Möglichkeiten noch genau eine richtige. Ich erkläre euch das jetzt noch, weil das ist ein bisschen abstrakt wieder. Ihr geht weg von, oh Gott, welche von den zehntausenden von Möglichkeiten ist hier die richtige? Also, sowas wie, ja da ist jetzt eine Stadt, und die ist unter Wasser und jetzt wisst ihr aber nicht genau, okay, kann man jetzt, wie geht es mit den Luftblasen? Wie werden die erzeugt? Wie leben die Leute da? Können die unter Wasser atmen oder nicht? Zehntausende Möglichkeiten und die hängt so ein bisschen. Stattdessen sagt ihr, wir wollen jetzt so drei Sachen ein, die hier passen könnten. Gibt wahrscheinlich noch mehr, aber egal, drei reichen mir. Die nehme ich jetzt mal mit an den Tisch und falls sich keine rauskristallisiert, dann wirfel ich halt, um mich zu entscheiden. Oder eben visualisiert. In dem Moment, wo ihr so überlegt, was da jetzt von den zehntausenden von Möglichkeiten sein könnte, müssen euch eigentlich nur ein paar einfallen, die thematisch in die Welt reinpassen. Also es gibt Sinn, dass es so und so eine Unterwasserstadt da eben gibt, weil wir sind hier in einem Magie-Setting. Und dann fällt euch noch ein paar Sachen ein, was spaßig wäre. Ja, Stadt in den Wolken, Stadt unter Wasser, da, da, da. Ja, man kann durch die Außenblasen einfach rein und dann fällt man aber und es ist lustig oder eben nicht. Und am Ende bleiben halt meistens immer noch ein paar Ideen übrig, die sowohl in die Welt passen würden, als auch so klingen, als könnten sie vielleicht Spaß machen. Und von diesen Sachen, von diesen Boppeln, die ich jetzt hier gerade hinkamachte, diesen sechs verschiedenen Möglichkeiten, die euch da spontan einfallen würden oder in der Vorbereitungszeit, da ist jeder einzelne Boppel eine valide Wahl. Ihr könnt, egal welchen von denen hier nehmen. Und das entlastet euch unheimlich, dass ihr eben sagt, es muss nicht die perfekte Auswahl sein von dem, es gibt jetzt nicht diese eine richtige Lösung, wie diese Stadt genau aussehen muss. Es gibt, aber auch nicht Zehntausende, wie sie aussehen kann. Aber auf Basis dessen, wie die Welt funktioniert und was meinen Spielern so Spaß macht, könnte es jetzt das, das oder das sein. Ja, ich nehme das. So, einfach entschieden oder gewürfelt. Damit wählt ihr nie das zu 100% Richtige, das gibt es nämlich nicht, sondern ihr wählt immer etwas, das sich spontan gut anfühlt. Erinnert euch an die Übersicht, wo ich gesagt habe, im Spiel so, ja, das fühlt sich spontan richtig an, das ist das hier. Das spontan richtig anfühlen ist das Auswählen von ein paar von diesen oder einem von diesen Boppeln hier jetzt gerade eben und damit dann weiter zu spielen und das ist gut genug. Auch bei Namen ist das hier der perfekte Name für diesen Charakter. Es gibt keine perfekten Namen. Viele Leute haben Namen, die nicht zu ihnen perfekt passen, auch in der realen Welt. Der Name hier ist gut genug. Er fühlt sich an, als ob er zum Setting passt, als ob es ein Zwerg sein könnte, weil es muss halt ein Zwerg sein. Und vielleicht macht er sogar noch irgendwie Spaß oder der verspricht Spaß, dadurch, dass der den gleichen Nachnamen hat wie ein anderer und es denkt, oh, okay, das können Verwandte von dem Entgegnis sein. Vielleicht können wir den für uns gewinnen. Das verspricht dann Spaß. Fassen wir zusammen nochmal die fünf Grundprinzipien jetzt vom Worldbuilding und beim nächsten Mal geht es dann um die fünf Grundprinzipien bei der Improvisation, die da drauf aufsetzen. Also, wir haben als erstes Prinzip, die Welt wird erst am Tisch real. Alles, was wir uns vorher überlegen, ist Futter und nicht mehr. Dann, wir Game Master sind nicht der größte Faktor und schon gar nicht der einzige. Wir können keine Welt alleine konstruieren. Die läuft immer Gefahr, dass sie nicht passt. Wir müssen die Spiele mit reinnehmen. Wir nehmen deren Wünsche her und dadurch entlasten wir uns auch um diese Bürde, dass wir alles machen müssten. Müssen wir nämlich nicht. Prinzip 3. Je weiter etwas noch vom Tisch entfernt ist, umso schlechter werden die Informationen darüber. Wir brauchen nur das, was gerade eben am Tisch wichtig ist. Wenn aus der Hauptstadt eingesetzt bis an den Tisch strahlt, ein Alkoholverbot, und die Spieler wollen gerade eine Taverne aufmachen und Bier ausschenken, okay, dann brauchen wir das Alkoholverbot und mehr nicht. Niemand braucht die komplette Historie der Hauptstadt und so weiter erst dann, wenn sie da sind, wird das interessant. Prinzip 4. Je mehr wir unsere realen Welten begreifen, umso leichter können wir die Kampagnenwelt erschaffen. Alles läuft immer gleich. Personen haben die gleichen Bedürfnisse, Staaten haben die gleichen Probleme immer untereinander, Herrscher herrschen immer gleich oder verlieren ihren Herrschaftsanspruch immer aus den gleichen Gründen. Und wenn wir das begreifen, können wir sehr leicht abstrahieren für unsere eigenen Kampagnenwelten. Die sind nämlich gar nicht so anders. Und letztes Prinzip, es gibt weder unendlich viele Möglichkeiten, noch genau eine richtige. Wir müssen einfach nur was finden, was sowohl thematisch reinpasst in diese Welt und was Spaß versprechen könnte. Und wenn uns da ein paar Sachen einfallen, dann nehmen wir irgendeine da davon. So, ich hoffe, dass ich euch damit wirklich ein bisschen die Last genommen habe, dass ich euch in ein anderes Mindset reingebracht habe und dass ihr damit besser World bilden könnt. Am Tisch und abseits vom Tisch. Vielen Dank.